Washington Kenios ja wer der ist voll Hey der ist voll Der ist voll gerade eben war da noch drei Blödsinn frei Der ist voll Warum? Warte kurz dann muss er gleich wieder leer werden Dann muss er gleich wieder leer werden Der ist leer Ja also Da war nur noch ein Spieler drauf, alle anderen weg Lol Hast du die Gedidos oder was? Natürlich alter, ich deed aus alles und jenen alter Wo bist denn du? Ich 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 hab keine Karte Ja du ich glaub du musst jetzt erst Leg dich mal hin Am besten Ich liege Warum? Weiß nicht Hallo Ich hab grad Kid Hunter gemacht und meine Sachen sind rausgefallen weil ich mein Inventar voll hatte Ja klau mir mein Zeug Ich hab einen Blowtorch ganz ruhig Wo bist du? Warum liege ich? Keine Ahnung stehe wieder auf Weißt du was wir ab jetzt nicht mehr tun? Was? Warten zu schießen wenn jemand auf uns zukommt aber jetzt schießen wir sofort Aber das ist böse Lukas Es ist eine böse Welt finde ich damit ab Ich habe einen American Revolver jammered in Mianischen gefunden Was für? Eine Ace Eine Ace ist nix besonderes Viermal in den ganzen Laden Schön Das Waffen seltener sind jetzt Finde ich sehr gut sogar Da kommt der Auto Runter Ich hab niemanden gehört Ich fand super leise Ja weit weg halt Ja fuck it Oh Ace Ja das ist die Noch eine Ace? Ja auch eine ja Okay ja komm mal was drauf Du trifft dich also mit jemandem der nicht ich bin Der sammelt da meine Pfeile ein Ja du hast auch einen geklaut von mir Ich hab eine Bloatrotsch geklaut Das ist ne friggen X alter Bist in der Feuerwache nicht ganz so unhäufig hab ich vorgestellt Sollten wir uns trennen? Nö Schießwerfen Nicht auf mich Auf mich auch nicht Aber ich Der hab mich erschossen Durch die Wand Ich hab ne Ace mit 6 Schuss Ja gut hatte ich auch Hat mir sehr viel gebracht Das ist mir egal ich will aber nicht in der Seelen Ja Und? Können wir bitte woanders hergehen? Wir gehen gleich woanders hin Wir gehen gleich nach Ding Ja komm ich doch raus Ja ich sollte rauskommen Ich hab mich gesehen Was hast du gelernt? Ich fühl ich mich verhindert Ja das muss man mal so Die ist offensichtlich irgendwer gestorben mit sehr sehr viel medizinischem stuff Ja Lutus Ja Lutus Hab ich Sepp siehst du dann wirklich mich? Ne ich seh deinen Namen Ja Kein Motor Er hat von der Brücke gesprungen Oh Safe alter Boah es ist Weißt du du kannst nirgends wo mehr rumgehen Sofort kommt jemand der OP equipt ist und killt dich alter es nervt Ja Es kam damit mit einem ö становится mit einer mit einer sofort und habe ich bau 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 tot es ist so nervig ne ja ich hab ne bad roll ja geil was ein team von zwei leuten top bewaffnet kam rein bau tot bist du wieder bei siertel jetzt folgen durch mit dem messer im setzten auf was soll denn das ist nein wir sterben haha das mit der scheiß server so voll ist das ist mega nervig aber guckt ob es ob es irgendwie adventure maps oder sowas gibt halt auf dieser seite gab es leider nicht schade ich hab noch den last of us gesucht 20.000 zombies aber in der theorie ist das ganze jetzt schon hey hi ich werde verbluten du ja und ich sehe vor allem gar nichts warum nicht weil es dunkel ist es ja ich bin tot gemauert doch ich geh dahin bist du bescheuert das ist eine rote schrift das ist irgendeine tafel ja die sehe ich auch build inside farm ja du sollst nicht in der farm bilden ich bin bei dir habe gefunden keine ahnung läufst du gerade doch im haus ja ich lauf hier drüben in der scheune hier hat eine sense das war doch kein da ist ein zombie schleiche schleiche mich mal um den drumherum ich hab auch die kultur auch verloren nice ich hab gar nichts mehr automatisch exercise hast du ne akkampfwaffe für dich? ne ich hab ne hawkhound ne akkampfwaffe meine ich? ne ich hab nur meine eine sense dann mach die dann mal weg guck guck wie stark danke läufst du? ja läufst nicht mehr nicht der hopper doch nicht der hopper mach dich ne ich werd nicht geschlossen ich würd gerne eine karte finden ich würd gern irgendwas finden ich hab mal einen rucksack gefunden einen whiten duffelpack der ist auch neu was? nega Herzinfarkt des Todes war Scorpio nicht über die Brücke? ne also man kommt von da aus schon zu Scorpio aber das ist nicht der direkte Weg da ist jemand da ist jemand gehen einfach vorbei und lass ihn rennen wei wir lassen niemand mehr laufen wir sind ein paar morgens los du ein Drecks warte 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 ich weiß noch wie ich mich da drunter gelegt habe und gewarnt habe, dass die Zombies aufhörn nicht aufhör auf mich zu sein guck mal wir haben ihn wir können stolz darauf sein wir haben ihn unterstützt wen? den Server? äh... den Entwickler Stimmt. Zu allem, was jetzt noch kommt, haben wir einen großen Teil beigetragen. Ja, eigentlich schon. Ich fände es cool, wenn wir diesen dritten Slot haben könnten. Ja, dass man noch mehr Sachen auf Zahlen legen könnte. Wie früher. Klar, früher habe ich übertrieben mit den fünf, aber jetzt müssen wir noch einen Rucksack hatten, einen dritten. Ja, oder einfach, keine Ahnung, fünf finde ich eigentlich schon ganz angemessen. Nee. Wieso sollte man keine fünf Sachen irgendwo bereit haben? Die Slots können ja auch kleiner werden. Du hast ja auch, der eine Slot ist ja auch größer als der andere. Klar, das eine ist ein Main-Slot für auf den Rücken und der andere ist halt für an die Seite. Ja genau, und du kannst ja noch mehr Taschen haben, dass du zum Beispiel, wenn du Kleidung hast, dass du dann mehr Slots bekommst. Ja stimmt, zum Beispiel Jackentaschen, die man zum Beispiel so fein oder so reinstecken kann. Dass du sozusagen pro Kleidungsstück, je nachdem, also wenn das zum Beispiel ein gutes Kleidungsstück ist, dass du dann halt ein... Kriegst du den down? Ich weiß nicht, wie du meinst. Oh, wie ist denn das hier keiner? Tatsächlich, ja. Wo ist denn der dann? Äh, außen im Haus. Ich hab eine Ace gefunden, by the way. Ich hab eine Ace gefunden, für dich. Sechs Schuss, ja, dankeschön. Wenn ich nicht aufgesse... Da, drei Schuss. Da, dankeschön. Und das ist die Biene-Kulasse. Nee, das ist ein zweites. Achso, mehr brauchen wir nicht. Oh, ja, mach die mal weg. Ich unterstütze dich derweil mal mit meiner... So, der Rest sind gefüllte Lippos aus XP. Ich hab auch grad... Alter, Vorsicht, ich hab noch die Dinge ausgerüstet. Bist du behindert? Du hast keine Nack-Kaffer voll, oder was? Doch, ich hab aber noch die Ace ausgerüstet. Ich pull die mal zu lang. Einen hab ich. Ja, passt. Da steht noch einer. Wo? Außer da. Wenn man im Müll nichts finden kann, zum Beispiel, dass man die Dinge auspacken kann und dann Sachen drin findet. Das find ich ganz nice. Das wär hart cool. Ein Carjack, eine Wallflare? Brauchen wir nicht. Ja. Hier ist eine Palle. Das war das Essen nicht... Du bist gerade eben durch wie so ein Elefant. Ja. Das war dir das Essen nicht schmecken. Heißt das nicht, dass du gleich den Koch töten würdest? Komm mal her, du. Ich dünn mal aus und danach kannst du. Ich deck dich mal so ein bisschen. Keine Schüsse mehr. Da muss ich auf dem Berg liegen. Achtung. Bist du gefrüntet? Ja. Ich hab übrigens Munition für deine Ace gefunden. Du brauchst ja wieder. Also Aufwöln, Munition. Du brauchst ja wieder. Yeah. Ja. Du brauchst ja wieder. Headshot. Herzschaut. GG. Was hast du gesagt? Ähm, Aufwöln, Munition für deine Ding. Ace. ich brauche ich wirklich doch craft munition auffüllen es gibt 60 xp gefällt mir cardio es vergisst man nicht dass du auf strength gehen muss es ist schneller auf das zu bluten unter defense warte kann ich vielleicht cooking kannst du cooking skillen ich kann aus milch käse machen toll ist richtig behindert der hat sogar dixies und kludert alter schnurbert der top hat er doch nicht ja erschossen passt ist der munition und bitte eine volle timberwolf achte ich nicht drauf ich bin nicht umweltbewusst ich lebe in den tag hinein hier war noch nicht sportsport was wichtig mit dem thema und kursbau für dich wenn du möchtest wir natürlich auch premium und die sports hat es hat leisten die timberwolf auch die übernicht für alle waffen gerade er ist echt so jetzt auch ein kursbuch ja hier ist ein kitchener übrigens über der schrank noch nicht mal offen das ist natürlich das ich hätte gern silencer für eine waffe der ist nicht mehr so wichtig wie früher naja stimmt ich habe einen geilen skin dafür gefunden echt ich frage es was ich jetzt weg die haut kommt weg ja die scheiße aber vor hatte was du wirst machen vor kommt nachher hier kommt mal jo wie cool dahinter zu dem haus da oder jo da geht es weiter so sicher wie das armen in der buddhistischen kirche fast dann bist du die sehr schön sauber ich könnte mit einer säge eine abgesägte schrotze draus machen da was sagt uns das warum nehmen wir eigentlich nie einen random boost der ist mega cool dann habe ich schon erschossen punch die lef die läuft ja gar nicht weg die kur ist abgesehen davon dass die kur ein domestiziertes tier ist lukas warum sollte sie wegrehen keine ahnung du schlägst sie wenn ich jetzt über den berg gehe sie müsste ich skorpio sehen das ist eine lüge ist es das was ist das dann da ist ein baum im weg ich kann es nicht sehen links ist die military abgrenzung da könnt es den scope für mich geben ist es der turm ja mit der also der tunnel meine ich das sind zu allen drei seiten tunnel die rausgehen ja ich bin nicht rechts sorry ja ich bin mehr einfach was ich bin einfach mehr so der nazi ja ich bin einfach mehr so der ich bin einfach mehr reichsdeutsch in dem fall weißt du naja ich bin und mich bin ich bin normal eher so ich bin die alternativen eher so tiefe weißt du du bist die afd ne ich bin die alternativen sag ich ja die afd ne ne die alternativen ach das hier bin ich jetzt das ja ne so das hier kommt weg ach ja warum nicht politik ein scope rum amk die ist tiefer als der boot spaß hey cool die haben hier ne basis denkt da kommt man nicht rein ne voll knuffig aus ist gelockt man kann man oben ok man kann nicht oben drauf was macht mein vater da ich will es nicht wissen soll es einschneiden da ist niemand da ist niemand habe ich gesagt da ist jemand niemand niemand jemand hat mich verstanden er ist so langsam ich weiß ich habe mir kurz hoppa vorsicht du gibst du den ersten schuss hab ich den zweiten und das es fehlt da lässt er die ganzen medikamente stehen hier die ganzen geilen ich war da noch nicht hab ich mich gerade erschrocken vor du bist aus wo sind die pillen nicht aufgenommen hier sind bullets ne am münnischen box meine ich die dinge kann man jetzt auch aufmachen dass du aus dem müll und sowas sachen findest oh mein gott was was das gefunden b d ja das sieht aus wie eine tschuk tschuk das ist die遮ths doch kann es ist das die weil gerne die Sie alle zu jeder im Ertlichen damit er das liegen ist meine die wege das wechseln ja das ist alles ja und was soll ich dafür wegwerfen weiß ich nicht alles das ist krass ich werde von der sniper draus mit deren scope wir sind zwei welts ausbringen also das ist die munition dafür ich könnte die die hier die schoffel können ich weglegen ich hoffe dass ich glaube die hat verkraften oder verkraft die shadow stalker nicht verkraft die schaffte aber ich hörst doch das hat strong as fuck und so trink mal einen schluck ich hoffe da kommt keiner rein da kommt keiner rein so einer rein glaub ich hätte das doch keine schießt nicht klar ich hätte das doch kein verpiss dich wieder viel geiler was spritzt du dir dann das hier das grüne zeug da ja das hier das grüne zeug das geile grüne zeug ich habe jetzt auch ein fricken lagerfreude drin